Oh ja, wir gehen baden, ha? Auf ins Freibad! Hey, du kannst doch gar nicht schwimmen, Willi. Na und? Dafür kann ich prima planschen. Im Planschbecken, was? Dann pass mal auf, dass dir dort die Winzlinge nicht auf den Schnabel treten. Oh, das finde ich aber ganz schön gemeint, Wolf. Erstens, warst du auch mal so ein Winzling? Das ist schon lange her. Und zweitens geht Willi nie um eine Kappe ins Wasser. Ja, genau. Ach, ihr werdet staunen, was ich für große... Und ich übe Kopfsprung. Und ich werde euch zeigen, wie toll ich schon tauchen kann. Seht doch mal, wie voll es heute ist. Riesenandrang und totale Hektik. Was ist denn da drüben an der Rutsche los? Oh, ich glaube, da knipst einer. Heiner hat seit gestern einen Fotoapparat. Und jetzt macht er Fotos im Hoch- und Querformat. Heiner hat Geschick, oh, Heiner hat Geschick. Heiner läuft zur Rutsche mit dem Fotoapparat. Sieht die Kinder fliegen und drückt blitzschnell ab. Heiner hat Geschick, oh, Heiner hat Geschick. Klick! Viele bunte Fotos hat er schon gemacht. Jeder mit ner Ente, Rego, wenn er lacht. Heiner hat Geschick, oh, Heiner hat Geschick. Klick! Doch das Beste fehlt noch, ein Foto von ganz oben. Auf den Spunktum schweigt er, was will er da ab oben? Heiner macht kein Quatsch, oh, Heiner macht kein Quatsch. Doch auch unter Wasser mit dem Fotoapparat. Liebt er, wer die schönste, den Vorschnitt feine hat. Heiner hat Geschick, oh, Heiner hat Geschick. Ja. Ja. Über das Beste! Ja. Ja. Vielen Dank.